Hier präsentieren wir die 5 besten Kopfhörertests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Bosa Quiet Comfort 35. Was passiert, wenn du den Globus um dich herum einfach ausblenden könntest? Sie könnten sich besser konzentrieren. Sie könnten viel tiefer in Ihre Songs, Ihren Job oder alles, was für Sie notwendig ist, eintauchen. Genau das ermöglichen die Bosa Quiet Comfort 35 Wireless Kopfhörer IE. Mit ihnen kannst du all die Dinge erleben, die dir besonders am Herzen liegen, noch extremer. Das ist einfach der Anfang. Quiet Comfort 35 Akku Kopfhörer IE haben derzeit Bosa AR, eine innovative Augmented-Wahrheit-Innovation speziell für Audio-Material. Nummer 4. Bosa Sound Link kabellose ARO und IR Kopfhörer IE Flexibilität. Einfacher Zugang und auch praktisches Verfahren. Die hervorragenden Vorteile von drahtlosen Kopfhörern. Mit Bose können Sie ein besseres Klangerlebnis genießen, ganz drahtlos. Leistungsstarke Klangerholung bei jeder Art von Lautstärke. Einfach leicht zu verstehen Telefonanruf. Wechseln Sie bequem zwischen zwei miteinander verbundenen Bluetooth-fähigen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie einen Anruf bequem adressieren können. Z. B. Wenn Sie einen Film ansehen. Wenn Sie diese Kopfhörer mit Ihren eigenen Ohren erlebt haben, werden Sie sicherlich zustimmen, dass Sie die effektivste Audio von jeder Art von Schnurlos-Kopfhörer derzeit verfügbar liefern. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Sie benötigen keine Vorkenntnisse, um diese Bluetooth-Kopfhörer zu verwenden. Sie sind einfach zu verbinden, da sie immer zum Einstellen angeboten werden. Im Gegensatz zu typischen Kopfhörern, die Sie benötigen, um einen Netzschalter zunächst zu drücken. Die In-Ohren sind 10 Meter entfernt und arbeiten auch über Bluetooth. Die Ladesituation, die Sie während der Abrechnung der Kopfhörer schleppen können, ist ein Vorteil. Die Akkulaufzeit der Kopfhörer beträgt 15 Stunden. Wenn Sie diese Kopfhörer erwerben, erhalten Sie drei unterschiedlich große Ohrstecker. Diese eignen sich auch für sportliche Aktivitäten. Der Preis der Kopfhörer liegt im unteren Mittelfeld. Nummer 2. G-Mark CL 7400 Funk-Kopfhörer Dank modernster Technik ist die Übertragung absolut störungsfrei und die Audio-Top-Qualität ist kristallklar. Die Sounds von Television Sieb zusammen mit anderen Stereoanlagen werden mit Hilfe von Funksignalen an die Kopfhörer übertragen. Die Over-Ear-Kopfhörer können mit einem Kabel oder einer Senderstation verwendet werden. Dies hat eine Vielzahl von etwa 50 Metern. Sie profitieren ebenfalls von Bass- und auch Höhenreglern, die für Hörgeschädigte optimal sind. Und die Nummer 1 unserer Liste. Sennheiser PXC 550i Wireless Kopfhörer. Unabhängig davon, an welchen Ort Sie sich bewegen, die überlegene Akkulaufzeit von 30 Stunden der zweiten Generation des PXC 550i Wireless stellt sicher, dass Sie das Headset nicht so schnell wie während Ihrer gesamten Reise aufladen müssen. Dank seines verbesserten ergonomischen Designs und der drehbaren Ohrmuscheln ist der PXC 550i Wireless sehr einfach zu tragen und passt auch einwandfrei zu Ihren Ohren. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.